Ich muss weg von hier, ich muss raus in die Weite, weh, da habt ihr schon mal was kleines Das gehört von dem Song, den wir nämlich jetzt aufnehmen. Wir fahren gerade ins Studio und nehmen den Bundesvision Song Contest Song auf, der heißen wird Weite Welt, ihr habt nicht bestimmt schon der Kanteil, ich bin jetzt Romeo, was geht ab, hola, heute haben wir den 16. März, ich habe gestern Geburtstag gehabt, ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal ins Studio, wenn wir gleich im Studio angekommen sind, dann werde ich euch nochmal Ey, dann werden wir uns nochmal sehen und hören. Bis dahin würde ich sagen, hasta la vista, konkurrante, konkurrante, pestebrante, bierante. Weiß nicht, was das heißt, aber man hat sich gut angehört. Ciao, ciao! Ähm, ja, ich möchte mich nochmal für die tollen Glückwünsche, Geburtstagsglückwünsche von gestern bedanken. Ähm, ich hab's gerade hier gesehen bei Facebook, äh, wirklich sehr viel, es hat mich sehr gefreut. Ähm, vielen Dank auch für die vielen Anrufe und so weiter. Bin jetzt gerade wieder im Studio und, äh, arbeite für euch an, ähm, dem One Vision Song, äh, 2012, ähm, der heißen wird Weite Welt. Und, ja, wir legen jetzt los, ähm, ich bin hier mit meinem Mann Crazy Busy und meinem Mann Timor und, äh, wir, ja, produzieren jetzt den Murder Hit. Und, ähm, ich bin gespannt, wie ihr den Song findet. Ähm, in den nächsten Tagen werdet ihr ihn hören. Ja, und bis dahin würde ich sagen, ähm, haltet die Ohren steif, ähm, drückt uns jetzt schon mal die Daumen und bitte nicht vergessen, ruhig weiter Romeo Guitano unterstützen, Bundesvision Song Contest, Seite raufgehen, Romeo Guitano für Bremen, pauset es auf euren Seiten und so weiter und so fort. Ja, ja, und wie gesagt, ähm, watch out vor dem Song Weite Welt, Romeo Guitano.